Herzlich Willkommen bei Dishonored 2. Ich bin euer Herr Gamer-Logun. In diesem Part werden wir zurück zur Küste segeln und dem Herzog ausschalten. Herzog AB. Sag ich nur AD. Ja. Kapitel 8. Der Großpalast. Der selbstsüchtige und korrupte Herzog Luka AB herrscht über Sykronos und hat einen Stadtstreich gegen dich organisiert. Der Großpalast betritt den Großpalast, um dem Herzog, der sich gegen Attentate mit einem Doppelgänger schützt, zu finden und zu eliminieren. Außerdem musst du Delias Geist finden, die einzige Möglichkeit ihrer Unschärflichkeit entgegenzuwirken. Im Palast lebt ein Doppelgänger des Herzogs, um Meuchler zu täuschen. Ein Freund in der Wäscherei hat gesagt, der Doppelgänger würde rauchen. Vielleicht hilft das. Vielleicht können sie mit ihm reden. Er soll nett sein. Was für ein Scheißjob. Ein Tyrann wie Herzog Luca Abele zu spielen. Warum stürzt sie ihn nicht einfach? Er hat eine Armee, kontrolliert die Bergwerke und er hat die Hauptstadt im Rücken. Auf seinen Feiern und Essen dabei Hummer. Ich kenne solche Feiern aus Danburg. Nur Kriecher, die sich bei Emily einschleimen. Darum wollte ich zurück nach Sykronos. Sie vergessen, wie es ist. Ich habe diese Feiern vom Dach der ehemaligen Schlachterei gesehen, wo ich schlief. Im überschwemmten Bezirk. Ich weiß, sie hatten es schwer. Nach Jahren am Hof bin ich wieder ein Niemand. Aber was ich hier erlebt habe, nehme ich mit zum Dunwall Tower. Die Rückkehr nach Kanaka hat mir eine Perspektive gegeben. Gut. Wenn Sie den Herzog erledigt haben, finden Sie, was er für Delilah aufbewahrt. Sobald Sie es haben, hole ich Sie mit dem Beiboot ab. Wie geht es? Entschuldigung. Die Ware kommt ein und muss sofort weiter. So läuft's auf dem Schwarzfahrt. Das Zeug kann hier nicht bleiben. Für Schleudern. Da braucht's nur einen. Hi. Okay, geh schwimmen. Okay. Ehrenhafte Absichten. Sorgfältige Pläne. Und ihr? Wie? All das ertrinkt den vergossenen Verlucht. So viel, so wenig getan. Es sollte nie so weit kommen. Sorgfältige Pläne. Sorgfältige Pläne. Sorgfältige Pläne. Sorgfältige Pläne. Ja. Ich sehe doch keine Gespenst. Ich frage mich, wer das war. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, hier stimmt das nicht. Ich komme zurück. Kurz hat er im Boden festgesteckt. Das ist ein Mumpel. Zun, zun, zun Das war's. Kann man irgendwo ein Tresor knacken? Nichts. Nichts. Gar nichts. Auch nichts. Achja. Da kriegen wir doch die Kasse. Oh, wo noch Schiss? Viele Ladenbesitzer. Oh, wo... Oh, wo noch Schiss. Denken Sie dran, nach jeder Lieferung das Tor zu schließen. Wenn Sie den Code brauchen, wenden Sie sich an mich oder Carlos Maletto von Winslow Tresor nebenan. Ja. Nein. Das war's für heute. Äh Das war's für heute. 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 Wie dem auch sei, ich weiß, was du suchst. Aber das Herz kann nur eine Seele fassen. Also, willst du einen Teil von Delilah mitnehmen? Musst du bereit sein, etwas zurückzulassen? Hey, hey, aufmachen! Hey, aufmachen! Ich hab den Code, aber auf dem Boot! Keine Ausnahme. Entweder der Code oder ich geh davon aus, dass was faul ist. Befehl von oben. Mach die Tür auf! Das kannst du vergessen. Du verschwendest deine Zeit. Passwort, ich kenne das Passwort nicht. Okay, was war denn das? Passwort, ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das. Ob die neue Kaiserin Delilah uns besuchen wird? Kanaka könnte ihre Sommerresiden... Der Ex-Pub ist gemusst! Der Ex-Pub ist gemusst! Das Passwort! Der Ex-Pub ist gemusst! Das ist ein Landladenbesitzer. Das ist ein Landladenbesitzer. Ja, wie kann ich das übersehen? Ist da jemand? Niemand! Ja, komm. Ich warte hier. Wie? Was? Wo? Was? Ananas? Worauf wartest du noch? Jetzt heißt es du und ich! Ja, sieht man. Du rennst weg. Vorsicht mit dem Schwert. Die Garde meint das nicht. Das war noch ein großer Knall. Okay. 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 Danke. Ich wollte so viel mit dir erleben. Stoß, zwei Sätze, ein zweiter Windstoff mit kurzer Umkreis um dich herum. Verbesserer Windstoß, beschwöre einen mächtigen Wind, der gegen Wände, Geschleuer, Gegner tötet und Projektiere präzise ablenkt. Gedankenkontrolle, Nachsicht, Nachsicht, Objekt weit werfen. Deine Kraft wird stärker erhielt und ermöglicht dir Holztürk mit einem Schwert zu zerschmettern. Achtung, diese Aktion ist laut. Egal. Zum Großpalast aufbrechen. Palastbezirk. Spitzjörg. 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 So ruhig. 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 Nicht aus dem Spiel zu versuchten. Die Luftgeprenzung. Wiedergabe für einsteutigen Gegner. Wiedergabe, Maschinen zu verhelfen. Und muss kursfreitiger Ausgang fahren. Sieht ab und zu verhelfen. Und was ist hier los? Wir haben hier. Warte. Hmm. Oh. Wer treibt sich da herum? Kieran, Sir. Ihre letzte Antwort hat uns verwirrt. Der Herzog war nun... Er war erbost. Ich soll mich erkundigen, wie sie vorankommen. Ich war mit einem der Mädchen spazieren. Wir haben im Park Käfer gefunden. Mit grünen Panzern. Ich verstehe nicht, Mr. Jindosh. Konnten Sie mit Anton Sokolovs Hilfe die Kosten der mechanischen Soldaten senken? Der Herzog erwartet auf Grundlage Ihrer Schätzung eine Kostensenkung um 80 bis 90 Prozent. Ein paar habe ich in ein Glas getan. Ich habe Ihre Beine ausgerissen. Ähm, sehr interessant. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie als Großerfinder alles bekommen haben, was Sie wollten. Aber dafür müssen Sie Termine einhalten, Fortschritte vorweisen. Moment. Jetzt weiß ich endlich, wovon Sie die ganze Zeit reden. Ja. Ja. Exzellent. Was soll ich dem Herzog also sagen? Ich hatte Besuch, glaube ich. Vielleicht wegen Sokolov. Ich erinnere mich nur schwach. Anton war keine Hilfe. Aber ich war kurz davor. Der Differenzmotor ist in Kupfer eingraviert. Entlang der konkarven Oberfläche des inneren Kopfmechanismus. Moment. Ich kann nicht. Das ist weg. Die Käfer von heute. Ich werde Ihnen Namen geben. Es ist zwecklos. Was sage ich nur, Herzog Luca? Oh! Oh! Gut. Die Maschine hat etwas entdeckt. Jetzt Zentralmotorflug. Die Maschine stellt eine Klarheit fest. Widergabe zeigt kriminelles Profil. Oh Gott. Man ist hier in der Kampf verloren. Manchmal braucht man einfach... Mannschaft sei reine los. ... Sie sind nicht entdeckt. Super. Du willst... Ich kriege dich schon! Panzer weg! Die Wiedergabe für Kampfpust wird abgespielt, wenn der Sein ausweicht. Die Maschine wird nun auf dem Ausgüro der Kräuter. Ach, Tato-Kuja! Die Widergabe weist auf eine Mutmache der Borde hin. Nimm sie das! Ich kann das... Ohhhh! Und ein Roboter umgebracht! Könnte der alte Herzog das... Und lasst sie... Und solch schreckliche Weine... Zumindest gibt es hier nicht die Dianische... Ohhhh... A... Von Killer-Roboter umgebracht! Der Mechanist! Komm her! Maschinen raus! Die Maschinen gerade erfolgreich an einem Aggressor! Hm... Hexenfisch! Das ist ja lustig! Unser neuer Herzog gibt in einem Monat mehr aus als sein Vater in einem Jahr! Der alte Theodenis... Ist da jemand? Oh! Er, na hat sich eins hinānot & Das ist ja lustig! IK-Seht doch imorfz! SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!SSSSSSSSSSSSSSSS SHSSSSSSSSSSGR Meyer! Ich rege mich nicht auf zum zweiten mal Das ist ja lustig. Unser neuer Herzog gibt in einem Monat mehr aus als sein Vater in einem Jahr. Der alte Theodenis Abele war ziemlich knauserig. Wen stört es? Ist der Krieg vorbei, erhalten wir den zehnfachen. Die Ära von Luca Abele. Viel Spaß. Der neue Herzog stieß die Kaiserin vom Tod. Bin nicht in der Stimmung! Komm sofort raus! Was? Ich brauch hier drüben Hilfe! Ha! Das war ja n... Ich frag mich wer das war. Gefällt mir nicht. Ich seh mich mal um. Ich hab meine Streifen nicht umsackt! Dann schlag mich! Ich versuch' dich blüben. Ich versuch' mich nicht. Ich versuch' mich nicht. Ah, persönlicher Weinkeller. Einmal Vorratsraum plündern. Oh, was ist denn das? Oh. Habt ihr euch gestört? Frau Weiber. Was ist hier los? Nein, nein, nein. Ist da jemand? Zeig dich! Weltverschwendete Zeit. Hm. 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 Ist da jemand? Hey dude, komm her! Ah, du basta! Ich kenne sie was sie auch brauchen alles in Ordnung es nicht Ich rufe jetzt Hilfe so verstehen sie doch gehen sie weg wer sein Gesicht führt sicher nichts gut ist im Schilder so hilft mir doch jemand hier stimmt was nicht du willst ein Wunsch wo bitte mit Rägen Nimm mal 5 1 2 Na los späten wir Ok Die Anstrengung späten herz Mamf 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 Hm Was Was? Ich zeig dir, wie ich mein Offizier... Fliehen ist weg! Zeig da! Die Maschine braucht Platz! Was war das? Das hier ist ein... Ah! Hier stimmt was nicht... Seit ich in Uniform bin, kämpf ich in... So, hilf mir! Hilf mir! Ah! 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 Hallo und tschüss. Nichts, gar nichts. Ich rufe um Hilfe, wenn sie nicht gehen. Große Thronsaar. Ich hasse diese scheiß Fallen. Da fallen und noch einmal fallen. Ich hasse es. Was ist hier los? Hast du dich versteckt? Was sie auch brauchen. Ich hab's nicht. So verstehen sie doch. Ich rufe um Hilfe. Hilfe! Ich rufe um Hilfe! Hör! Deine Herr. Ich rufe um Hilfe. Ich rufe um Hilfe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Blitzpider! Ich habe sie gewarnt, ich rufe jetzt Hilfe! So verstehen sie doch! Scheiß das Kopfgeld zu kassieren! Ich rufe jetzt nicht los! Hilfe! Ich rufe jetzt nicht los! Maschine hat richtlosen Körper identifiziert. Maschine ist nun entlöse elektrostatische Ladung aus. Zurücktreibt! Kampfverloren! Kampfverloren! Finger! Kampfverloren! Kampfverloren! Die Maschine setzt mich auf die Ausgabe. Wenn der Kopf abgetanzt wird, dann wird die Maschine auf die Mordfläge. Und das ist die Maschine auf die Mordfläge. Und das ist die Maschine auf die Mordfläge. Getanzt. Gut. Die Maschine ist nicht getanzt. Maschine. Mal sehen, was Herzog Erbele hier drin alles versteckt hat. Mhm. Außer bei der Trösor. Hier geht es zum Trösor des Herzogs, aber ich brauche den Schlüssel. Ach ja. Diese Schlüssel ist ein leichter von der... Tja. Schön. Oh ja, ja, ja. Ich hab sie gewarnt. Ich rufe jetzt Hilfe. Ich... Nun, nun. So, mach ein Nickerchen. Ist da jemand? Zeig dich. Was? Was? Wir haben Sie? Oh nein, hier haben Sie. Ich komme. Was? Hörst du nicht! Was ist das? Er darf nicht bien! Schlag mich auf! Was stimmt? Bestimmt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Woon! Was ist das? mit Tür dazu noch Niemand ist da! Ah ja, ich schau doch hier oben! Spielverderber! Die Leute kriegen nun mal was sie verdienen! Jetzt muss ich ändern! Eine Weiche? Was? Ähm... Ähm, ähm, ähm... Oh! Die andere Seite! Ähm, ähm... Bitte! Ich hab nichts gesehen! Ähm... Ich will nicht sterben! So heb mir doch jemand! Ah, wo sind die verdammten Treppen? Und tschüss! Ich kann rein gar nichts für Sie tun! Gehen Sie weg! Hey, wer rennt da Brüden herum? Du hast ja nichts verloren! Fliehen ist zwecklos! Hauen Sie ab, oder? Scheiße, Gnade! Zeig was zum Kopf! Kommt zurück! Dein Kopf bringt einen guten Preis in Silber! Oh! Du! Du! Achtung! Lamos! Wenn! 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 Nichts! War's nicht! Nicht lustig!? Es ist lustig! Hmm... Das war's. Mal ausprobieren. Hilfe, zu Hilfe, zu Hilfe! Und was ist hier los? Ja, ich habe noch nicht gewusst. Ich habe noch nicht gewusst. Ich habe noch nicht gewusst. Wer ist da? Wer ist da?